Ich esse heute das erste Mal in meinem Leben ein Wiener Schnitzel. Dafür sind wir nach Wien gefahren, in dieses wunderschöne Restaurant. Vorher gab es aber noch diese Suppe. Und wie nennt man die eigentlich bei euch? Dann war es endlich soweit. Meine Freundin durfte zuerst probieren und dann war ich an der Reihe. Noch ein bisschen Zitrone oben drauf und es war wirklich unglaublich lecker. Dazu hatte ich noch Pommes mit Ketchup und Mayo. Das Ganze hat uns mit Trinkgeld 90 Euro gekostet, was nicht ganz günstig ist, aber sich auf jeden Fall lohnt. Oder was meint ihr?